Jede Woche neu. Der Inside-Handy-Newsflash. Trends, Tests, Tarife. Inside-Handy. Einfach Wissen. Ab sofort wird das Handy zum Ticketschalter. Vodafone ist neuer Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig kriselt es ganz gehörig bei Nokia Symbian Foundation. Und HTC startet seinen eigenen App-Store. Der Handy-Markt bleibt auch im November kräftig in Bewegung. Mehr dazu jetzt im neuen Inside-Handy-Newsflash. Ich bin Frank Preiss. Hallo. Mobile Werbung ist auf dem Vormarsch. Mit der stetig steigenden Verbreitung von internetfähigen Handys, Smartphones und Tablets wächst auch die Nutzung des mobilen Internets. Und das bringt wiederum dem mobilen Werbemarkt in Europa kräftigen Aufwind. Im Vergleich zu Japan und den USA liegen die fünf wirtschaftlich bedeutendsten europäischen Länder jedoch noch weit zurück. Erst 2015 soll der mobile Werbemarkt in Europa zu einem Milliardengeschäft werden. Zu diesem Ergebnis kommen der Werbespezialist Smato und die Marktforscher von Mobile Squared. In Japan werden bereits 2010 Erlöse von über einer Milliarde US-Dollar erzielt. Der US-Markt liegt der Prognose nach bis Jahresende auf knapp 800 Millionen US-Dollar zu. Politik will mehr Rechte für Handynutzer. Bundeswirtschaftsminister Brüderle will den Verbraucherschutz im Bereich der Telekommunikation stärken. Der kürzlich vorgelegte Gesetzesentwurf greife fast alle Verbraucherbeschwerden der vergangenen Jahre auf. Dies stößt allerdings auf Kritik seitens der Branche. So sollen Warteschleifen bei Service-Hotlines künftig für alle Anrufer kostenlos sein. Weiterhin soll es für Kunden künftig möglich sein, bei einem Wechsel des Mobilfunkanbieters die Handynummer noch während eines laufenden Vertrages mitzunehmen. Auch bei einem Umzug- oder Providerwechsel soll die Umstellung künftig nicht länger als einen Tag dauern. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass die Laufzeiten der Verträge nicht mehr wie üblich 24 Monate betragen, sondern auf 12 Monate reduziert werden. Die Telekommunikationsunternehmen haben schon Protest angekündigt. Vor allem die kostenfreien Warteschleifen lehnen die Betreiber ab. Handy wird zum Ticketschalter. Nach einer vierjährigen Pilotphase geht das Handy-Ticket Deutschland in den Regelbetrieb. Mit dem Start des Regelbetriebs werden auch einige Neuerungen umgesetzt. Bisher war der Kauf nur per SMS, telefonisch oder über eine Java-Anwendung möglich. Ab sofort kann man das Handy-Ticket auch über das mobile Internet sowie eine kostenlose Applikation für das iPhone kaufen. Um das Handy-Ticket zu nutzen, muss man sich zunächst unter der Internetadresse handyticket.de anmelden und die entsprechende Nahverkehrsregion auswählen. Für die Anmeldung werden die eigene Handynummer, ein Ausweis und Daten zum bevorzugten Bezahlverfahren benötigt. Abschließend wird eine PIN per SMS zugeschickt. Der Kunde benötigt sie für den Ticketkauf und für den Login im persönlichen Kundenportal. Das Handy-Ticket Deutschland ist derzeit in 13 deutschen Nahverkehrsregionen erhältlich. HTC entwickelt eigenen App-Store. HTC könnte schon bald Applikationen und E-Books in einem eigenen Shop anbieten. Das berichtet die Financial Times in ihrer Online-Ausgabe. Demnach wirbt der therwanesische Smartphone-Hersteller hierfür schon Personal an. HTC selbst wollte sich bisher nicht zu den Gerüchten äußern. Stattdessen gab der Smartphone-Hersteller an, dass das Unternehmen zurzeit schnell wachse und somit für eine Vielzahl neuer Stellen Personal einstelle. Vodafone ist neuer Marktführer in Deutschland. Vodafone Deutschland hat die Zahlen für das zweite Quartal 2010 bekannt gegeben. Demzufolge konnte der Düsseldorfer Mobilfunkkonzern seinen Umsatz um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf jetzt 2,3 Milliarden Euro steigern. Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg von 34,5 Millionen auf 35,7 Millionen. Damit hat Vodafone den Marktführer Deutsche Telekom überholt. Für die Eroberung der Marktführerschaft ist neben 819.000 aktivierten Vodafone-SIM-Karten zwischen Juli und September vor allem der Kundenschwund bei der Telekom verantwortlich. Die hatte in den vergangenen Quartalen Millionen von inaktiven Prepaid-Karten deaktiviert. Als Folge sank die Zahl der Kunden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Vergleich zum Jahresende 2009 um 4,2 auf 34,9 Millionen. Symbian Foundation steht vor dem Aus. Nach den diversen Rückschlägen in der jüngsten Vergangenheit hat sich Nokia dazu entschlossen, die Symbian Foundation aufzulösen und die Organisation stattdessen in eine juristische Einheit zu verwandeln, die das Symbian-Betriebssystem zukünftig nur noch lizenzieren wird. Damit gibt der weltgrößte Handykonzern ein rund zweieinhalb Jahre junges Projekt auf, das analog zu Googles Android durch Offenheit überzeugen wollte. Grund ist das mangelnde Interesse anderer Hersteller an dem System. Zuletzt hatten zwei Former als starke Vertreter der Symbian-Gemeinde dem offenen Betriebssystem entsagt. Sowohl Sony Ericsson als auch Samsung wechseln zu Android, Windows, Phone und Co. Damit setzt neben Nokia nur noch Fujitsu Symbian als Plattform ein. Wie die Zukunft des Betriebssystems aussieht, ist ungewiss. Smartphones treiben Handyabsatz nach oben. Der Handy-Markt befindet sich im Aufschwung. Im dritten Quartal stieg die weltweite Anzahl der verkauften Mobiltelefone um mehr als ein Drittel auf 417 Millionen Geräte. Das ergab eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Gartner. Smartphones haben dabei einen Großteil dazu beigetragen. Sie machen fast 20 Prozent der Erlöse aus. Vor allem das iPhone des US-Unternehmens Apple sowie Smartphones, die auf dem Google-Betriebssystem Android laufen, verkauften sich wie geschnitten Brot. Der Absatz der Androids vervierzehnfachte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf knapp 21 Millionen Geräte. Apple konnte seine iPhone-Verkaufszahlen fast verdoppeln und erzielt nun mit 13,5 Millionen verkauften Geräten einen Marktanteil von 3,2 Prozent im Smartphone-Segment. Somit zieht Apple am Konkurrenten Research in Motion vorbei und landet auf dem vierten Platz der Handyhersteller. Marktführer im Handygeschäft ist aber nach wie vor Nokia. Der Abstand zu der Konkurrenz schmilzt aber immer weiter. Geräte Match